Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich einen Dyson V8, vor allem auch mit der Bürste hier vorne und den ganzen Filtern hier drin richtig reinigen kannst, wenn dieser einfach schon sehr dreckig ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal solltest du deinen Arbeitsplatz hier richtig herrichten. Bei mir ist das Ganze jetzt neben der Küchenspüle hier gemacht und dafür habe ich einfach mal hier unten drunter etwas normale Küchenrolle hingelegt. Du kannst natürlich auch Zeitungspapier verwenden. Wichtig dabei ist nur, das Ganze danach einfach wegschmeißen zu können. Danach wollen wir jetzt erst einmal hier unten diesen Behälter entleeren. Hierfür haben wir hier oben einen kleinen Hebel, wo auch extra schon ein Mülleimerzeichen drauf ist, denn du kannst das Ganze auch über einen Mülleimer machen. Ich zeige es jetzt dir hier jedoch mal bei meinem Küchenpapier. Den Hebel nach oben ziehen, das Ganze noch etwas weiter und schon öffnet sich unten dieser Behälter. Dann das Ganze etwas rausschütteln und die Küchenrolle entferne ich erst einmal. Als nächstes bauen wir den ganzen Dyson hier mal auseinander. Zuerst einmal den Kopf hier oben runter machen. Hierfür haben wir hier innen drinnen noch einen kleinen roten Punkt, einen kleinen Knopf. Diesen drücke ich jetzt einfach mal noch rein und dann kann ich nämlich den Kopf hier oben einfach rausziehen. Jetzt einmal einen normalen Pinsel zur Hand nehmen und mit diesem kannst du den Staub bzw. den Dreck von dem Kopf einfach einmal runter machen. Und somit haben wir den Kopf auch schon richtig gereinigt. Wenn das geschehen ist, möchten wir einmal diesen Behälter hier runter machen und natürlich auch abwaschen. Hierfür auf der Unterseite auch wieder so ein kleiner roter Hebel. Diesen müssen wir einfach mal eindrücken und dann lässt sich der Behälter nach unten nämlich abziehen. Nun nehmen wir einmal noch unseren Staubsaugerkopf wieder zur Hand und hier oben können wir jetzt den Filter nämlich auch entfernen. Hierfür einfach den Filter nehmen, nach oben rausziehen und diesen können wir danach nämlich auch gleich noch mit abwaschen. Auch bei unserem Motor ist hier hinten noch ein Filter eingebaut, das blaue hier. Dieser lässt sich genauso leicht abnehmen, einfach leicht links rüber drehen und dann kann ich diesen auch schon entfernen. Und nun wasche ich diese ganzen Teile hier mal unter warmen Wasser ab. Die zwei Filter hier unten kannst du ohne weiteres unter warmem Wasser mit der Hand etwas sauber machen. Bei dem Behälter etwas aufpassen, denn hier oben sind noch Elektrokontakte drinnen und die sollten mit Wasser nicht unbedingt in Berührung kommen. Deswegen hier etwas aufpassen. Das Ganze hier im Hintergrund lassen wir jetzt so lange liegen, bis es wieder trocken ist und hier noch die Reste können wir einfach wieder mit einem Pinsel etwas sauber machen. Jedoch auf gar keinen Fall unter warmes Wasser halten. Da das Ganze jetzt trocknet, schauen wir uns einmal noch die Reinigung von so einer Bürste hier vorne an. Hierfür benötigst du einmal einen großen Schlitzschraubendreher und dann gehen wir einfach mal auf die Rückseite von dieser Bürste. Hier kannst du oben nämlich schon so eine kleine Schraube erkennen. Diese drehen wir jetzt einfach mal leicht gegen den Uhrzeigersinn und dann können wir nämlich hier oben diesen Hebel ganz einfach nach unten herausziehen, also nach unten drücken und dann nach oben hin wegnehmen. Da die Abdeckung hier oben jetzt weg ist, können wir die Bürste ganz leicht nach oben hin herausziehen. Die Bürste ist draußen, diese mache ich jetzt gleich wieder unter warmem Wasser sauber und den Rest hier, also dieser ganze Behälter, wo meine Bürste drinnen war, kann ich wieder am besten mit einem Pinsel oder sogar mit einem Kompressor sauber machen. Während die eine Bürste hinten jetzt wieder trocknen muss, schauen wir uns einmal die Reinigung von der zweiten Reinigungsbürste an. Hierfür haben wir dieses Mal nicht unten, sondern hier auf der Seite so eine, ich nenne es mal eine Riesenschraube einfach, dafür wieder mit dem Schlitzschraubendreher reingehen, gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Ganze kommt einem eigentlich eh schon entgegen. Hierfür dann wieder die Kappe abnehmen und ich kann meine Bürste rausziehen und diese auch wieder unter warmem Wasser reinigen und danach zu meiner anderen Bürste legen zum Trocknen. Während diese Bürste jetzt auch wieder trocknet, wieder einen Pinsel zur Hand nehmen und das Ganze wieder von Staub so gut wie möglich befreien. Ich habe mein Zubehör jetzt trocknen lassen, am besten natürlich einfach mal über die Nacht liegen lassen und jetzt müssen wir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Hierfür zuerst einmal unsere Reinigungsbürste nehmen, dann diese von außen in den Behälter reingeben, vorne ist noch eine Feder, weswegen wir jetzt hier das etwas noch reindrücken müssen und dann leicht nach rechts drehen, bis es einschnappt. Hier kannst du natürlich jetzt auch wieder deinen Schlitzschraubenzieher zur Hand nehmen, doch normalerweise am Anfang geht das Ganze auch per Hand und dann nochmal mit dem Schraubendreher richtig nachziehen, bis es klick macht und die erste Bürste ist fertig. Bei der zweiten Bürste ähnliches Spiel. Wir nehmen unsere Reinigungsbürste, geben diese wieder einfach von hier drüben rein, schauen, dass unsere Kappe erst einmal leicht drauf sitzt, das Ganze wieder per Hand machen und dann drehe ich jetzt einfach mal die Bürste wieder um, nehme hier meinen Schlitzschraubendreher, schaue, dass es einrastet und dann diese Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bis es klick macht und das Ganze hier ist auch wieder fest und vor allem sauber verbaut. Auch den Dyson selber wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Hierfür zuerst diesen Behälter nehmen, von unten in unser Gerät reingeben und nach oben ziehen. Es hat wieder klick gemacht, das Ganze sitzt schon einmal. Dann nehmen wir unseren Staubsaugenkopf hier, müssen diesen jetzt von oben herein geben, schauen natürlich, dass die Führung richtig sitzt. Das Ganze einfach mal etwas nach unten ziehen, das hat schon klick gemacht und jetzt noch einmal stärker drücken, bis es unten wirklich einrastet und dann können wir nämlich hier unten diesen Behälter auch schon schließen. Zum Schluss haben wir noch unsere zwei gesäuberten Filter hier, den einen von oben einfach reingeben, bis dieser auch drinnen sitzt und den anderen müssen wir hier jetzt leicht links rüber drehen, bis er einrastet und dann noch einmal nach rechts. Es hat wieder klick gemacht und die zwei Filter sind auch schon drin, weswegen wir unseren Dyson V8 hier jetzt wieder richtig gereinigt haben. Wenn du dir zu Hause jetzt noch einen Dyson V8 Zubehör, wie zum Beispiel hier vorne solche Bürsten, Filter oder auch einfach hier einen Pinsel zum Reinigen zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.